Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder nach langer Zeit einen Killduell, Leute. Davor eine kurze Sache und zwar, ich hab ja schon lange keinen YouTuber vs. Abonnent mehr hochgeladen. Sprich, wo ich gegen euch Killduell mache und ihr könnt Merch von mir gewinnen. Sei es eine Cap, Shirt oder was auch immer. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gamertags in die Kommentare, dann werde ich am Sonntag oder nächste Woche oder so einen Killduell gegen euch machen. Ihr habt die Chance wieder Merch von mir zu gewinnen. Und wenn ihr darauf Bock habt, es kam jetzt schon 2-3 Monate oder so, nicht mehr richtig, richtig lange, lasst mal ein Like da. Bei 6000 Likes gibt's dann das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like für das Killduell da. Richtig, richtig nice geworden, ohne Witz. Und schaut bei Gaps vorbei, da haben wir auch noch ein Killduell aufgenommen, bin ich auch richtig abgegangen. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und da würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Black Ops 3 Live. Kommt euch von mir heute ein Killduell gegen den wahrscheinlich besten Black Ops 3 Spieler, den es jemals gegeben hat. Gegen den... Ja, Digger, Gaps. Ich heiße Gaps und mach jetzt mal einen Double Kill auf der Flag. Oh Gott. Ich hätte eigentlich sterben müssen, ich bin nicht gestorben. So, ich muss eigentlich nach vorne fast ein bisschen. Ja, der wird mir absolut gesteilt. Noll! Wie ich gerade überlebe, Digger? Ich hab gleich Orbi. Oh mein Gott. Da oben ist er. Nein, er ist nicht tot. Digger, Manover ist absolut overpowered. Ich hätte auf meinem Kanal dich auch besiegt mit der Waffe. Ich brauch noch einen Kill vor Orbi. Fuck. Einen Kill vor Orbi, Digger. Was ist das für ein Anfang? Keine Ahnung. Digger, hast du einen Kill? Orbi. Ja. Ja, Digger, der Baba. Aber ich hab beide angehittet. Ja, Mann, Digger, Triple. Let's go, Mann. Es läuft so gut. Du bist aber mein Vater, Mann. Das ist einfach mein Vater. Lauf doch! Du fetter Hurensohn! Was ist das für ein komisches Ding, was mich da blockiert hat? Ey, ich hab gar keine Ahnung von den Nades hier in dem Spiel. Ne, aber das war richtig eklig. Ne, ich bin auch die ganze Zeit. Der hat mich irgendwie geschockt. Also, gibt's hier ne Schockladung in dem Spiel? Ja, klar. Ey, lol, Mann. Das Spiel gibt's schon so lange und ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Soll ich dich mal ein bisschen mehr in den Spiel sparen? Wow, was ist denn das? Weil bei mir läuft gerade, Digger. Bei mir läuft gar nicht. Gar nicht? Ehrlich nicht? Ich hab 6 zu 6, aber ich krieg das schon noch hin. Wie du das gesagt hast, Mann. So, jetzt VMP. Mit Manowar bin ich halt einfach nicht so ein guter Mensch. Digga, was macht der da in der Ecke? Wie bin ich da gerade gestorben? Es war impossibel, ey. Okay, ich brauch noch ein Kill zum Orbi. Nein. Donnergräum, das ist das Schlimmste, was es jemals gegeben hat. So, ich brauch noch einen Kill zum Drohnen. Ich bin gerade absolut geflasht. Nice. Come, let's go jetzt. Weil das ist ein Team mit der Orbi, oder was ist du? Ich? Oh, Digger. Oh, Shit. Wie kann ich das überleben? Nice, den klau ich mir auch noch. Na, zeig dich doch, bitte. Huh! Ich bin Jesus. Alter, die zerstören schon wieder den Hater, ne? Ja, das ist zu krank. Wie eklig sind die denn? Ich muss gerade so chillen, Alter. Nein, musst du nicht. Oh, Shit, du hast Hater, nice, Mann. Ich bin absolut... Was ist das? Ich hab auch wieder Hater, Digger. Ja, er kommt die Treppen rauf, wirft mir eine Schockladung und ich raste aus. Ey, das ist so eine Schockladung. Ich hasse Schockladung, ne? Ohne Witz. Ekelhafte Gegner, Mann. Ich find, das sind so... Die Schockladung hier in dem Spiel sind sogar besser als die im Black Ops 2, Alter. Ohne Witz. Ja. Lass noch auf. Zeig dich doch, Digger, lauf! Hallo! Wieso... Wie der da... Angerutscht kommt. Diese Fickfotze. Ich bin unnachgiebig, Digger, weh. Ich mach keinen Nuklear. Ich heule, wenn ich keinen Nuklear mach. Oh nein, Robby raus. Alter, das läuft so nice, Digger, Gaps. Das wird das beste Kill-Duell aller Zeiten. Ja, weil du mich absolut zerstörst. Was ist? Ich hab... Jetzt, ohne Scheiß... Ich hab mir den Rufen, richtig schlechter Spiel zu sein. Brutal, brutal, brutal. Aber... Oh mein Gott, ich... Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Digger, weh, ich überlebe das nicht. Digger. Ich lebe noch. Was? Ja, Digger, ich lebe. 39,1, lol. Digger, du bist... Einfach Gott. What the fuck? Guck dir das an, wie ich überlebe, man. Alter, lass doch immer für die Halbzeit schon mal einen fetten Like da. Ohne Witz, richtig nice. Und schaut auf meinem Kanal vorbei. Schaut vorbei. Wir haben noch einen Kill-Duell bei Gaps aufgenommen. Checkt das auf jeden Fall ab, Mann. Boah, ist ja echt nice, wenn du gleich auch noch Robi hast, ey. Ja, ich versuch's. Hab ich Nuklear? Ich weiß nicht, ob ich Nuklear hab, Digger. E-WAS? WAS? Oh fuck. Nein, bitte hab ich Nuklear. Bitter, oh nein, schreibt mir in die Kommentare, ob ich Nuklear hatte. Oh nein. Wie hat er mich geholt? Was war das für ein komisches Ding, Mann? Ja, ich schreibe wieder eine Schockladung. Oh, locker, locker safe bin ich einfach gestorben. Wie, keiner schreibt mir das in die Kommentare, da ich Nuklear hatte. Ich will das mindestens 200 Mal sehen in den Kommentaren. Mindestens. Ihr müsst einfach nachzählen. Wenn genügend Leute schreiben, dass ihr nur Nuklear hattet, dann war's doch einfach so, oder? Ist auch so. So funktioniert das doch, oder? Ich bin schon mal hier oben auf dem Stein, Digger. Komm mal auch hier nach oben, Gaps. Ach, du bist wahrscheinlich auch ganz anders, ne? Ja. Ja, aber... Was? Oh mein Gott, nein! Oh, jetzt sind wir so am verkacken. Ja. Was ist das? Okay, jetzt hier vorne. Zack. Komm, let's go, Gaps, Digger. Ja, Mann, Quad-Feed. Nein, und dann kommt der von da, Mann. Oh, shit, ey. Ich dreh mich ne Sekunde zu spät um. Alter, das ist ein Low-Hint, warum hat der so ein Aim? Zeig dich. Ja, bitte. Dankeschön. Mann, in dem Moment, wo ich die Drohne rein... Es ist so eine Schweinerei, dieses Match. Mal kurz vor Orbi, aber dann muss ich die Kontodrohne einsetzen, weil ich gerade denke, yo, wär doch cool. Wir müssen irgendwie nochmal nach vorne gehen. Ja, ja, ich versuch's die ganze Zeit. Ja, jetzt gerade fällt mein Aiming, das ist natürlich für Lasten. Ich weiß nicht, wie ich komme gerade so richtig unsympathisch, aber es regt mich doch dermaßen ein. Wir Team-Mates. So, come, let's go. Wenn die mich jetzt nicht durchgelassen, ne? WTF? 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 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. Schreibt in die Kommentare, ob ich auch eine Nukleargeschäft habe. Hat Spaß. Wir sagen tschau, bis zum nächsten Mal und tschüss. WTF? 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 WTF?